Hallo, Automat und Parsing-Tabelle für LR-Parsing. Ich erkläre die Benutzung, ich mache einfach ein Beispiel, und zwar mit dieser Eingabe hier, I mal I plus I. Am besten habt ihr das andere Video schon gesehen, ich werde alle Sachen, die da schon erklärt sind, hier überspringen, größtenteils. Das war unser letzter Stand mit Automat, Parsing-Tabelle und Regeln. Wir sortieren das um, unsere Regeln sind größer, unsere Parsing-Tabelle ein bisschen kleiner und kein Automat mehr. Ich mag diese ganzen blauen Farben, aber ich habe damit angefangen, jetzt muss ich das fortführen. Okay, wir haben unsere Start-Eingabe, wir starten immer im Zustand 0, oder im, ich sag mal, ersten Zustand. Wir haben unsere Eingabe I mal I plus I mal I. Zustand 0, I, S4. S4 heißt, Shift wandert rüber, neuer Zustand ist Zustand Nummer 4. Das war ein böser Fehler. Wir haben natürlich 0, F und 3, die 3 hier. Jetzt können wir kurz innehalten. Im Vergleich zu dem anderen Beispiel, was ich hatte, wir sind jetzt im Zustand 2 und wir reduzieren jetzt nicht. Wir könnten ja T, könnten wir ja zu E machen. Aber wir machen das gar nicht, sondern wir holen uns jetzt das Sternchen rüber. Das ist diese Regel hier. Diesmal wenden wir jetzt schon direkt die Regel 4 an. Und jetzt kommt die Regel Nummer 1. So, und ich spare mir mal den Rest der Schreibarbeit hier. Wenn wir das so weiterführen, kommen wir irgendwann hier auf ein E in dem Zustand 1. Und auf der rechten Seite steht nur noch unser Dollar und wir wissen, es ist angenommen. Unser Regelwerk, was wir hier aufgestellt haben, funktioniert also prima. Das haben wir gelernt. Vielleicht übrigens mal als Idee, was wäre denn hier oben passiert, wenn da statt einem Plus als nächstes ein I gekommen wäre? Im Zustand 1, I, da steht ja gar nichts drin. Das bedeutet, dass die Eingabe nicht akzeptiert werden kann. Ist also eine falsche Eingabe. Zum Beispiel einen Syntaxfehler. Das nur kurz dazu. Und als zweiter Punkt. Ich habe das jetzt nur mit dem Regelwerk hier gemacht. Was ihr vielleicht am besten mal machen könnt ist, oder was wir mal machen gerade, war absolut nicht geplant. Wir machen mal den Baum dazu. Dann wird es ein bisschen klarer, was passiert ist. Wir haben uns die Eingabe geholt. Das erste war ein I. Das ist das hier. Das wurde umgewandelt in ein F. Das ist das hier. Das F wurde umgewandelt in ein T. Das ist das hier. Dann haben wir uns die nächste Eingabe geholt. Hier. Mein Sternchen. Dann haben wir uns die nächste Eingabe geholt. Das war ein I. Wir sind jetzt hier. Das I wurde umgewandelt in ein F. Und dann wurde alles drei genommen und in ein T umgewandelt. Mehr Platz. Wir sind jetzt hier. Als nächstes haben wir uns ein Plus geholt. Ach nein, das ist natürlich Schwachsinn. Ich werde meine Schrift nicht mehr lesen. Wir haben uns natürlich das Ganze in ein E umgewandelt. Noch sehr schwer erkennbar hier. Danach haben wir uns ein Plus geholt. Und nach dem Plus werden wir uns ein I holen. Und das I werden wir umwandeln in ein F. Das werden wir wieder umwandeln in ein T. Und dann werden wir uns ein Sternchen holen. Und das zweite I holen. Und dieses zweite I werden wir umwandeln in ein F. Und dann werden wir alles drei zusammen in ein T umwandeln. Und dann, sofern ich keinen Fehler gemacht habe, diese drei Dinger hier in ein E umwandeln können. Und dann wissen wir, unsere Eingabe stimmt. Und dann haben wir diesen Syntaxbaum hier gezeichnet. Das ist, was wir hier mit Zeichen machen. In grafischer Form. Nur damit ihr mal ein Bild habt von dem, was hier eigentlich passiert. Und ich will die Gelegenheit mal nutzen gerade und hier ganz besonders auch auf den Unterschied zu LL-Parsing eingehen. Und zwar gucken wir uns an. Wenn man jetzt LL-Parsing machen würde, würden wir ja hier uns erstmal diesen Teil hier angucken. War ein bisschen dumm eingerahmt. So, wir würden also denken, dass wir irgendwie, ich mache mal hier die Kurzvariante, in sowas kommen müssten. Also wir fangen bei E an, machen irgendwas und landen dann irgendwann hier. Weil wir haben ja hier das Mal. Wir stellen aber dann fest, wenn wir hier das gemacht haben. Wir haben hier einen gewissen Baum gezeichnet, der direkt das Mal hat. Dann kommen wir zum Plus und dann stellen wir fest, Moment, das, was wir hier gemacht haben, das kommt ja erst eine Ebene weiter unten. Eigentlich müssen wir hier erstmal mit dem Plus anfangen, unseren Baum zu zeichnen. Und dann müssen wir nochmal von vorne wieder zurückgehen, einen Backtrack, einen sogenannten Backtrack machen. und nochmal mit einer anderen Version versuchen, anfangen, unseren Baum zu zeichnen. Ich hoffe, das ist klar geworden. Ich wiederhole mich nochmal. Wenn man diesen Baum hier zeichnen will, wir sehen jetzt hier, das Plus ist ja hier und das Mal ist ja hier. Um aber zu sehen, dass das Plus an dieser Stelle ist, müsste ich ja, wenn ich hier bin, bis hier hingucken. Und das geht vielleicht, wenn man hier ein paar Zeichen hat. Aber das geht nicht mehr, wenn man hier einen ganz langen Ausdruck, sagen wir 100 Zeichen hat. Und dann kommt erst hier ein Plus und dann wieder 100 Zeichen. Man weiß also gar nicht, wie tief dieser Baum ist, wenn man hier am Anfang ist. Und das ist ein extrem wichtiger Unterschied, warum das LR-Parsing in so einem Fall hier, zumindest aus meiner Sicht und der Sicht meines Lehrers, wesentlich besser hier ist, für so arithmetische Ausdrücke, weil die Tiefe absolut unbekannt ist. Und wenn wir nämlich beim LR-Parsing sind, dann gehen wir ja von hier aus los. Das heißt, wir fangen am tiefsten Punkt an, kommen dann von hier und machen dann hier am nächsten tiefen Punkt weiter. Also es ist quasi, wenn man so will, der Aufbau ist ein bisschen natürlicher. Aber man hat halt diesen ganzen Aufwand mit erstmal Automat, Entschuldigung, also hier ist kein Automat mehr, aber erstmal da, wo der Automat hier vorher war. Und dann muss man die Tabelle machen. Das sieht also ein bisschen aufwendiger aus, ist aber nachher dann natürlicher. So, das war mir auf jeden Fall nochmal ganz wichtig zu betonen. Falls das nicht klar geworden ist, auf jeden Fall Fragen in die Kommentare schreiben. Aus meiner Sicht ist das ein sehr, sehr wichtiger Unterschied, sehr, sehr wichtiger Punkt, im Unterschied zwischen LL und LR-Parsing. Und guckt auf jeden Fall in die Videobeschreibung rein. Falls ich irgendwelche Fehler gemacht habe, werde ich sie in der Videobeschreibung hoffentlich korrigiert haben. Wenn nicht, weist mich bitte in den Kommentaren darauf hin. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Schauen, ich hoffe es hat geholfen. Punkt, die Stimme geht runter.